Achtung, ich habe neue Infos zum neuen Super Smash Boss Teil. Ganz klar, zuerst eine neue Stage-Rude enthüllt. Ja, das ist ein verlässlicher Leak. Ja, zuerst. Die YouTube-Website ist ein sehr wichtiger Platz für Nintendo. Und deswegen ist dieser Platz die neue Stage. Ganz klar, der Inkling kann natürlich drum kämpfen, weil das ist ja eine der neuen Kämpfer. Tja, naja, was gibt es noch als Kämpfer? Natürlich, die allerwichtigste Konsole von Nintendo, der Nintendo 3DS, wird als Konsole gemacht. Und sein Special Attack, sein Super Smash, ist, er kann sich in eine E-Gitarre-Verwandlung damit alles platt machen. Und natürlich ist Brot in meinem Spiel und Ridley. Ich lache mich hier gerade halb tun, wegen dieser Scheiße, die ich da gerade erzählt habe. Also, ich hatte ja nicht wirklich viel Zeit. Mal wieder. Deswegen kommt heute nur diese Scheiße. Ja, ich würde sagen, schaut bitte meine anderen Videos, die sind besser. Entschuldigung für die Leute, die gekommen sind, weil die anscheinend gedacht haben, hier ist was. Und tschüss.